Mein Name ist Stefan Kartmeier und ich bin einer der Gründer von Parkett Kaiser. Wir haben 15 Mitarbeiter und vertreiben Bodenbeläge, also Parkett, Laminat und Designbodenbeläge in Bremen und übers Internet. Wir sind damals zusammengekommen, das war eigentlich eine Schnapsidee, wo wir gesagt haben, ihr kennt euch aus mit IT, hier sind die Bodenbeläge und die Holzbranche und eigentlich muss man da was zusammen machen. Am Anfang war es ursprünglich eigentlich so ein Hobbyprojekt und das hat sich sehr, sehr schnell dann entwickelt und heute haben wir hier das größte Bodenbelagslager in Norddeutschland und das innerhalb von drei Jahren. Google hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt, weil wir einen Zugriff auf, ja, im Prinzip ein Millionenpublikum wortwörtlich bekommen haben. Durch Google AdWords konnten wir eine Steigerung von ca. 200% erzielen und das Ganze funktioniert für uns sehr, sehr gut. In der Kneipe ist das Ganze gestartet. Drei Jahre später sind wir jetzt soweit, dass wir europaweit Kunden beliefern. Das wäre so in dieser Geschwindigkeit ohne Google nicht möglich gewesen.